Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Sex, Poppen, Ficken, GF, Bumsen, nennen das wie ihr wollt. Jetzt reden wir mal ein bisschen über Sex, denn wir besprechen heute der Vierer, der ab dem 28. November in den deutschen Kinos zu sehen sein wird und wir konnten ihn schon sehen und mit wir meine ich einmal mich, der ist du, hallo und dann haben wir noch die Lida dabei. Hallo Lida. Hallöchen. Lida, wir haben im Vorgespräch schon ausmachen können, der Vierer ist ein Remake, das Original kommt aus Spanien, ist mittlerweile fünf Jahre alt und hieß in Deutschland, glaube ich, Instant Love. Hast du das Original gesehen? Nein. Gut, dann sind wir hier mal zu zweit und können dann die Frage, inwieweit sich die beiden Filme unterscheiden, einfach mal ad acta legen, das können wir euch nicht beantworten. Aber ich nehme mal an, da der Film, also der Originalfilm hierzulande auch, glaube ich, nur im Heimkino erschienen ist, allzu hohe Wellen hat er hierzulande also wahrscheinlich nicht geschlagen. Ob der Vierer jetzt aber hohe Welt schlägt, wenn der Ende November in die Kinos kommt, weiß ich nicht, aber wir können euch zumindest sagen, ob sich der Gang ins Kino lohnt. Lida, kannst du uns eben kurz sagen, worum es in der Vierer geht? Das Pärchen Sophie und Paul möchte die gemeinsame Ehe- oder Dauerbeziehung, ganz genau findet man das nicht raus, etwas aufpeppen. Insbesondere Sophie, die bisher auf ihre Karriere fokussiert war, hat das Bedürfnis weit mehr als der für die Erziehung des gemeinsamen, inzwischen fast erwachsenen Sohnes zuständige Paul. Und um das zu tun, planen die beiden den titelgebenden Vierer mit der alten Schul-Kommilitonen Mia, Sophies, und dem besten Kumpel von Paul, nämlich Lukas. Während Mia und Lukas einander schon in einer Bar näher kommen, bevor sie bei den beiden überhaupt auch tauchen, steht die Beziehung von Sophie und Paul auf der Kippe, weil die sich so zerstreiten, dass fraglich ist, ob es am Ende überhaupt noch zwei ergeben wird. Ja, vielen Dank. Ich wusste im Vorfeld nur die grobe Prämisse des Films und ich muss sagen, die klingt für mich ganz gut. Ich dachte mir, hey, wenn der Film jetzt wirklich erzählt, da geht es um ein Pärchen und die haben da noch keine Erfahrung, aber die wollen mal so ein Vierer ausprobieren, dann klingt das interessant. Das bietet genügend Potenzial für Comedy, für Drama, natürlich auch für ein paar unzüchtige Momente. Hihihi, lach, lach. Aber ich sag mal so, das ist das einzig wirklich Positive, was ich jetzt zu dem Film sagen kann, denn es war für mich eine richtig herbe Enttäuschung. Das war ein Film, der im Lexikon steht, wenn du guckst unter typische deutsche Komödie, die es nicht bringt. Der Vierer ist lahmarschig, er ist nicht witzig, er ist auch für das Thema null erotisch oder gewagt oder sonst wie sexuell aufgeladen und ganz ehrlich, er sieht auch wirklich pottenhässlich aus. Ich kann verstehen, wenn man ein Studio dreht, aber muss es danach aussehen? Jetzt habe ich im Prinzip schon alle meine Kritikpunkte innerhalb von einer Minute genannt, Wir wollen aber auch ungefähr so auf 15 Minuten kommen, deswegen Lieder, Feuer frei, was hast du zu sagen? Ja, ich kann all diese Kritikpunkte nochmal wiederholen. Was ich definitiv anders sehe, ist, dass ich mich auf diesen Film nicht sonderlich gefreut habe, denn ich habe schon eine deutsche Komödie, wie sie im Drehbuch steht, oh, ha, 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 befürchtet. Und die Handlung erinnert gefährlich an einen anderen Film, nämlich die Nachbarn von oben, der eine ganz ähnliche Prämisse hat, wo sich ein Pärchen mit den Nachbarn, die ja immer so lautstarken, lüsternden Sex haben, auf eine ähnliche Konstellation verabredet. Da wurde also doppelt abgeguckt. Das Ganze ist nicht nur ein Remake, sondern auch eine, ja, halbseidende Nachmache dieses Films. Aber was Besseres dabei rausgekommen ist nicht. Das ist ja immer der Vorteil an Remakes, dass man im Prinzip sehen kann, was hat am Original vielleicht nicht so gut funktioniert und wie könnte es besser gemacht werden. Nun, ohne das Original gesehen zu haben, kann man natürlich nur erahnen, was hier schiefgegangen ist. Aber es fällt schwer, sich vorzustellen, dass das Original noch unkomischer, unerotischer und wirklich unzeitgemäßer war. Denn dieser Film wirkt ganz furchtbar bieder und verstaubt mit seiner Schusterbleib bei deinen Leistenmoral. Und dann gibt es wirklich Szenen, die sind einfach nur peinlich. Wenn sich denn da einmal zwei Männer einen zaghaften Kuss geben und man so tut, so als ob das schon jetzt das gewagte sexuelle Experiment wäre und der Film da ja so tolerant und freizügig. Also meine Güte, ja, da merkt man wirklich, was das für eine biederbürgerliche Spießer-Zuschauerschaft sein muss, die dadurch anvisiert wird, die hier als Zielgruppe gedacht ist. Und auch, dass dieses Konzept, dass hier einmal nun die Frau die Karriere hatte und der Mann zur Erziehung zu Hause blieb, aufgeführt wird, das wirkt wie so ein verzweifelter Versuch, zeitgemäß zu sein. Wobei der Film dann aber natürlich wieder in die üblichen Vorwürfe, oh, das war aber eine schlechte Mutter, indirekt verfällt. Als ob es irgendwie das Schlimmste wäre, was eine Frau machen kann, dass sie sich der Karriere widmet und das irgendwie eine übernatürliche Aufopferung sei, wenn mal der Mann zu Hause bleibt. Ja, der Mann ist auch nicht perfekt, denkt dran, der Mann hat zu viel Knoblauch in die Gazpacho gemacht. Geht auch nicht. Ganz, ganz schlimm. Was ich dem Film halt auch auf euch ankreide, ich finde den auch echt furchtbar erzählt. Also, ich bin vielleicht nicht der größte Fan von diesen, ich nenne es mal Sönke-Wortmann-Filmen, wo man einfach ein paar Schauspieler versammelt und die ja nur in einem Ort oder in einem Raum spielen lässt. Aber ich finde, der Viehreite ist sich dafür echt angeboten. Aber nein, immer wieder wird dann rumgewechselt von Sophie und Paul zu halt Lukas und mir, immer wieder hin und her geschnitten. Da kommt keine narrative Dynamik auf. Das kommt alles immer so stockend voran. Und wenn es dann mal wirklich dann dazu kommt, dass sie sich auch mal wirklich treffen, dann frage ich mich, geht es jetzt hier eigentlich wirklich darum, wie teilweise kompliziert und ja durchaus auch komplex und anstrengend es sein kann, so einen Vierer zu organisieren oder sind wir wieder da angekommen, wo es einfach nur wieder deutsche Beziehungskomödien-Abpackliste durchgenommen wird. Weil genau das ist das hier. Dieser Vierer spielt irgendwann fast gar keine Rolle mehr. Und ich sehe es auch genauso wie du, also wenn das in Anführungszeichen krasseste ist, was er uns hier bietet, einfach zwei Männer sind, die mal einmal kurz ihre beiden Zungen miteinander sich berühren lassen, das ist kein Ui, 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 das ist einfach nur lahmarschig und öde. Ja, absolut. Und das merkt man eben auch, dass hier das Thema Erotik oder Sexualität weder auf Humorfalle noch irgendwie auf dramatische oder irgendwie interessante Weise erörtert ist. Es ist einfach nur die Vorlage für so Fremdschämenwitze, die alle so tun, als ob schon mal nur ein bisschen Bauchnabel zeigen, freizügig wäre. So richtig so wie viel gewollt, aber nicht getraut. Und das Paradebeispiel ist eben dafür wirklich der Titel, der hier schon quasi sich sofort, ja, Vierer, Porno, Action und so weiter. Und dann kommt hier eben nichts zustande, in keiner Weise. Und auch dieses, wie du schon sagtest, hin- und herspringen zwischen den beiden Paaren, bei denen man am Anfang schon ganz genau weiß, wie alles ausgeht, ist mehr als nervig. Es wirkt so ein bisschen wie zwei halbe Filme zusammengeschustert, um einen draus zu machen und nichts kommt dabei raus. Es gibt hier wirklich nicht einen einzigen Witz, den man nicht schon so in einem anderen Film gesehen hätte. Und damit meine ich jetzt nicht etwa das Original, sondern das sind einfach die typischen Standardwitze seichter deutscher Komödien. Jeder Satz fühlt sich an, als ob man da wirklich das Drehbuchrascheln hört. Und dann ist auch dieser Elitarismus einfach furchtbar. Die beiden wohnen natürlich in einer furchtbar großen, furchtbar schicken, teuren Wohnung, machen mal eben aus dem Stehgreif Urlaube. Und da gibt es eine Szene, die auch irgendwie komisch sein soll, wo die dann einander das jeweiligen anderen liebste Möbel- und Haushaltsgegenstände attackieren und da auch mal eben tausende schreddern, was aber gar nichts ausmacht. Denn man hat ja die Kohle. Also das ist einfach eine völlig elitär, großbürgerlich abgehobene Welt, die anzuschauen in keiner Hinsicht Spaß macht. Ja, ich finde diesen Elitarismus auch wirklich mittlerweile einfach noch peinlich und auch zum Kotzen, weil ich verlange jetzt nicht von so einem Film wie der Vierer, dass da irgendwie dann umgerechnet wird, oh warte, wir sind arm wie Kölschenmäuse. Das erwarte ich ja gar nicht. Aber dass es halt so ein bisschen, zumindest eine Art von Authentizität, eine Art von Realismus gibt, ja. Aber das passiert hier einfach nicht. Das ist einfach nur sterbensöde einfach, weil ich das auch so oft gesehen habe, wie sich diese Wohlstands-Muttis und diese Wohlstands-Fatis halt immer wieder zoffen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und was ich halt wirklich schade finde, und ich wiederhole mich, aber die Ausgangslage, die reine Prämisse, finde ich unglaublich spannend und faszinierend. Daraus hättest du einen wirklich komischen Film machen können. Einfach vier Leute, die sich treffen, um Vierer zu machen und dann aber feststellen müssen, so einfach ist das ja gar nicht. Weil viele von euch kennen das vielleicht aus diesen Schmuddel-Filmchen, dass dann einfach vier Leute da stehen, sich ausziehen und dann wird halt gerammelt. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es da nicht. Vor allem, wenn man halt eben mit den Leuten auch noch vielleicht privat so Kontakt hat. Aber das lässt der Film halt alles sausen für so ein obligatorisches Beziehungsbläh. Das fand ich echt enttäuschend. Das hat mich wirklich geärgert. Tatsächlich ist auch da, du das ja ansprichst, dass dieses Thema, wenn man sich jetzt wirklich so was gemacht hätte, hätte der Film tatsächlich auch ein bisschen lehrreich sein können. Zum Beispiel zeigen, worauf kommt es an? Wie vereinbart man so ein Date, wenn man das denn jetzt sicher abziehen möchte? Was ist besser? Ist es besser, unbekannte Leute zu nehmen? Oder nehme ich dann Leute aus meinem Bekanntenkreis, denen ich dann aber natürlich nachher wieder begegne? Möchte ich das ganz anonym haben? Vertraue ich anonym Menschen, die ich so, also was heißt anonym? Vertraue ich jemandem, den ich vorher noch gar nicht kannte, den ich vielleicht nur über Tinder oder sonst irgendwie kennengelernt habe in so einer Situation? Konsens, dieses Thema Konsens kommt überhaupt nicht vor, wie wichtig es gewesen wäre, darüber zu sprechen. Was wollen wir machen? Was ist für uns okay? Was erwarten wir von dem Abend? Das Ganze wirkt tatsächlich, als ob die so ein verklemmtes Dinner planen und überhaupt gar nicht auch nur irgendwie halbwegs besprochen haben, was eigentlich daraus werden soll. Und gerade wenn dann in der zweiten Filmhälfte noch einige unter der Oberfläche brodelnde Emotionen enthüllt werden, stellt das noch ganz andere Fragen in den Raum, nämlich zum Beispiel die, warum sich bestimmte Leute überhaupt auf das Ganze eingelassen haben. Also das wirkt so unglaubwürdig und konstruiert und macht doch in dem eigenen Konzept keinen Sinn. Man hat wirklich den Eindruck, diese Prämisse mit dem Vierer wurde einfach nur gewählt, um einen Grund zu haben, hier wieder die Standardwitze abzuziehen, ohne jemals auch nur ein kleines bisschen wirklich eine sexuelle Handlung da reinzubringen. Denn auch ein Film, der sich um Sexualität dreht, kann das ja auf einer glaubhaften Ebene und trotzdem humorvoll abspielen. Aber das ist eben nicht dieser Film. Ja, also dieser Film spielt nichts humorvoll ab. Also ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, bei dem ich, wo meine Lachmuskeln so wenig gefordert worden sind, wie hier. Und dazu kann ich noch sagen, dass die vier Hauptfiguren auch aus dem Katalog kommen. Also diese Star-Anwältin, dieser komische Partner Paul, der ist halt so dieser obligatorische, ja, der softe Mann, ja, aber natürlich für sie lieber einen Eichenmann, der immer durchgreift. Dann haben wir halt noch seinen Kumpel und dann haben wir auch ganz wichtig Mia, das ist ja eine rassige, ich glaube, Lateinamerikanerin, Spanier. Ich glaube, sie ist Spanier. Das war so ein bisschen die Hommage ins Original. Ja, die natürlich, sie ist natürlich Spanierin, also sie ist rassig. Ja, also ganz ehrlich, du siehst sie und diese Figur macht innerhalb von drei Sekunden quasi klar, ich will Sex. Und ich dachte, okay, ja, okay, das ist so cool, dass du es willst, aber der Film will es halt leider nicht. Also, tut mir leid. Versuch's beim nächsten Film. Vielleicht der Fünfer. Oh, oh nein. Ich hab grad ganz nur... Stell dir mal vor, der Film war erfolgreich. Jetzt kommt die Fortsetzung und du bist schuld. Der Fünfer, der Sechser, der Siebener, oh Gott. Oh, ich freu mich auf den Zehner. Da sind sie im Freibad und streiten sich darüber, wer jetzt vom Zehner springen darf. Ja, der Elfer. Jetzt wird Fußball. Ich seh schon, ja. Ich seh schon. So viele schlimme Zusatztitel. Ah, sie werden's machen und sie werden erfolgreich sein, äh, leider. Wobei, ähm, ich glaube nicht, dass der so erfolgreich wird, wie dieser eine Film hier vor ein paar Jahren, das perfekte Geheimnis. Aber beide sind für mich komplett gescheitert in dem, was sie erzählen wollen. Und zu der Fira kann ich auch nicht mehr sagen, weil mehr hab ich nicht. Was ist bei dir noch drauf auf der Liste? Mehr als eine Warnung vor dem Anschauen kann auch ich nicht aussprechen. Gut, dann ist jetzt kurz noch Fazitzeit. Jetzt seid ihr natürlich alle gespannt. Uh, werden Lieder uns zu diesen Filmen empfehlen? Mhm, lasst euch überraschen. Mein Fazit lautet wie folgt. Furchtbarer Film, furchtbar öde, furchtbar bieder und ich wiederhole mich, aber ich mag die Grundidee. Ich find die Grundidee wirklich toll. Aber was daraus gemacht wurde, ist halt einfach ein Unfall, wo es mir echt einfach fällt, wegzusehen. Und, ähm, vielleicht für Leute vom Thermomix, äh, Fans vom Thermomix, will ich damit sagen, die werden hier vielleicht noch ein paar schöne Minuten mithaben, aber, ey, der Vierer kriegt von mir, keine Vierer, der kriegt von mir eine Fünf-Minus. Lieder, bitte. Ja, auch meinerseits, der Vierer, ein Film, dem ich nur null Punkte geben kann, der wirklich nichts richtig macht. Wenn ihr euch amüsieren wollt, solltet ihr vielleicht besser einen Vierer haben, als euch diesen Film anzusehen. Selbst mit sich allein hat man garantiert mehr Spaß als bei einem Kinobesuch. Genau, denn es heißt Fünf gegen Willi, nicht Vier gegen Willi. Okay. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall im Internet, wo es Podcast, Likes und Kommentare gibt. Könnt ihr also gerne mal austesten. Genau bei unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de und Discord sind wir auch zu finden. www.tele-Stammtisch.de slash Discord. Da könnt ihr gerne mit uns diskutieren, reden, Anekdoten teilen, Feedback geben, was auch immer ihr wollt. Wir sind mittlerweile schon sehr, sehr viele Leute und es ist sehr interessant, was ihr da alles zu reden habt über Themen wie Trailer, Teaser von Serien und, 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 und. Mein Mund ist gerade ausgeleiert, es tut mir leid, aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ich merke gerade die Doppeldeutigkeit. Tja, Doppeldeutigkeit, die der Vierer nicht hatte. Hier beim Tele-Stammtisch bekommt ihr sie. Also, geht nicht ins Kino zu der Vierer, geht zum Tele-Stammtisch. Vielen Dank. Ich sage Tschüss, Lida. Letzte Wort gebührt dir. Ich frage mich jetzt gerade, ob das die erste Tele-Stammtisch-Folge wird, die so eine Sperr-Wall kriegt, so eine, ich wollte gerade sagen Paywall, aber es ist ja keine Paywall, es ist ja so eine Frei-Ab-18, ja, wo man sich dann irgendwie mit Geburtsdatum durchklicken muss, um diese Folge zu hören, weil sie so versaut war. Ganz ehrlich, ich habe den Anfang, das Opening auch nur deswegen so gemacht, weil ich gucken wollte, ob YouTube den dann demonetarisiert. Genau, das wäre interessant, ob wir dann sofort gesperrt werden, wenn die Welt nie erfährt, wie schlecht der Vierer ist. Der Vierer, der Film, der zu versaut für eine Podcast war. Oh ja, nimm das, Caligula. Tschüss. Ja, genau, passendes Schlusswort und tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.